Hochgelobt und angebetet seist du, Jesus, hier im allerheiligsten Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit ab. So wollen wir jetzt den achten Tag der Novene beten. Ihr werdet großen Frieden und reiche Frucht ernten. Lenke dich ab. Denn du hast einen scharfen Verstand. Und deshalb ist es schwierig für dich, das Übel zu sehen und gleichzeitig auf mich zu vertrauen, indem du dich von dir selbst abwendest. Handle so in allen deinen Bedürfnissen. Handelt alle so und ihr werdet ständig große und stille Wunder sehen. Das schwöre ich euch bei meiner Liebe. Ich werde für euch sorgen, das versichere ich euch. Betet immer in dieser Haltung der Hingabe. Und ihr werdet großen Frieden und reiche Frucht ernten. Auch wenn ich euch die Gnade des Sühne und Liebesopfers schenke, die Leiden mit sich bringt. Scheint dir das unmöglich? Schließt die Augen und sage mit ganzem Herzen, Jesus, sorge du. Und so wollen wir jetzt ganz einfach den achten Tag der Novene beten. Jesus, sanft und demütig von Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen. Oh, Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. Oh, Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. Oh, Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. Oh, Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Jesus, sanft und demütig von Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen. O Jesus, ich vertraue auf dich. Oh 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 Jesus, sorge du. Oh Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. Oh Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. Oh Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. Oh Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. Oh Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. Und ich werde sorgen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. 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 Amen.